Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, ich wollte mal in den Diner reinschauen und muss mich aber erstmal hier um den Kahlschädel kümmern, mein Gott. Boah, ey, das läuft wieder. So, jetzt. Nur liest er. Nur mal draufkloppen. Und dort ist er. Ah, hier ist noch einiges unterwegs. Komm, ich will in den Diner. Stirb. Und da ist auch noch einer. Hier kommen sie auch gleich raus. Da haben wir noch ein bisschen Spaß. Ich meine, die Taschen sind voll. Aber egal, wie weit sind wir von zu Hause weg. Ist schon ein Stückchen. Aber das sollen uns nicht davon auf. Abhalten, aufhalten, abhalten. Stirb, du Typ. Ach ja. Komm her, Mutti. Oh, Mann. Lange nicht mehr so oft daneben geschossen. So, jetzt ist es platt. Nimm den noch schnell. Zuckel hier, Zuckel da und da liegt er wunderbar. Und der hängt hier fest. Okay. Oh, noch ein paar mehr. Das sollte doch einfach gehen jetzt. Mal schön. Oh. Oh, das hat aber mal einen Klöten-Bonus gegeben hier. Oh, ich wollte dich doch gar nicht. Wie lustig die da feststecken. Na, da kommt noch mehr. Oh, Mann, ey. Genial. Ups. So, jetzt aber. Kriegst du es halt aufs Knie. Boah, der ist aber auch hartnäckig hier. Tada. Level 7. Level 7. Boah, das sieht nicht schön aus hier, muss ich sagen. Also, hier möchte ich nicht wohnen. Das gefällt mir nicht. Das ist der Dicke. Boah, du bist aber schnell gewesen, Meister. Na, komm. Ah, die brauchen immer so ewig lange. Rote Pusteblume. So, du auch noch. Dann möchte ich jetzt endlich mal den Deiner rein hier. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. So. Ich glaube, wir haben es. Oh, die Geräusche sind wieder so geil. So, die kann ich jetzt schlachten, ne? Warte, war denn da die Hitbox gehabt? Da muss ich da auch noch durch. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, tatsächlich, da gibt es Knochen. Ist das gut. Okay, perfekt. Ich glaube, Ela hatte mir den Tipp gesagt. Vielen Dank. Und zwar noch jemand. Ah, jetzt weiß ich aber nicht mehr wer. Auch an dich vielen Dank. Ich schaue da nochmal nach. Weil Knochen sind ja ultra wichtig. Okay, das Fleisch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und die Knochen kommen dann erst, wenn... Ah. Wenn diese Stufe erreicht ist. Okay. Na denn dann. Dann nehme ich die Knochen nochmal mit. Noch einer? Ne, alles klar. So. Den ganzen Rotz, den haue ich jetzt weg hier. Habe ich denn noch kleine Steine? Ah ja, und Holz und das auch. Okay. Brauche ich auch eine Stone X. Komm, ich nehme mal eine mit. Ja, ist es warm. So, gucken wir doch mal hier. Nix. Nix gibt es hier. Ach ja. Okay, Steinaxe brauche ich wirklich nicht mehr. Hello, Diner. Okay, das Übliche. Wasser ist gut. Und ein Bier auch noch. Jo. Und... Nix. Geht es da wieder nach draußen? Ja, okay. Aha. Interessant. Nochmal ein Kühler. Und noch mehr Bier. Oh, ah. Oh, ah. Vielleicht haben wir noch einen Topf. Zwei sogar. Und Kühlschränke. Nix. Okay. Die ist anlockt. Sehr gut. Komm, Pistole. Pistole. Mensch. Oh, Kleber. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Verdammig. Machen wir diesen Tausch. Oh mein Gott. Noch ein Topf. Oh, ein Antibiotikum. Nee, aber Vitamine. Nehmen wir nur Dreck mal. Danke, nein. So, dann gucken wir hier rein. Oder da gucken wir eher raus. Das war's schon? So klein ist der Diner, echt? Hm. Okay, das lohnt sich nicht wirklich. Das lohnt sich nicht. Oh, eine Batterie. Geil. Tja, jetzt wird's wieder. Ach komm. Nein, böse Dose. Weg. So. Okay, was hat mir hier denn noch? Noch nicht viel, ne? Gehen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir noch irgendeinen schönen Store. Vielleicht hast du ja noch ein paar Knochen dabei. Hm. Ach guck mal, die bleiben echt lange liegen. Super. Verzeihung. Damit sollte Ducktape eigentlich kein Thema mehr sein. Oh Mann ey. Ist doch mal Frosch hier. Oh, was ist denn das? Ah, Polizeistation. Sehr gut. Guck mal, jetzt haben sie da auch ein schönes Schild drauf gemacht. Da ist es nicht nur ein Community Center, sondern richtig Police. Polizia Lokal. Und Zappel Philipp ist auch da. Und da ist ein Store. Wunderbar. Perfekt. Ach, guck mal, wie cool ist das denn? Ach, Information Center steht immer noch dran. Okay. Sollen das Sandsäcke sein? Ich glaube, ne? So. Zucken sie nochmal ein bisschen hier. Leg dich hin. So. Da kommt noch mehr. Oh. Die ist aber Jackpot. Das krieg ich aber wahrscheinlich nicht mit hier dazu. Wo war die denn? Aber die Pfeile hätte ich gerne. Ach komm. Machen wir so. Brauche ich Eier? Ne, komm. Das machen wir so. Hm. Ja, kein Hunger mehr. Schade. Aber an Wasser. Trinken wir mal direkt. Oh. Guten Tag. Boah, es ist unglaublich. Der steht direkt vor mir. Ich versemmel den Schuss. Schon wieder. Heute ist kein Pfeiltag. Kein Pfeilenbogentag. Nein, nein. So. Ja, ja, ja. Komm, gib mir deine Knochen. Und ich finde am besten eigentlich warten, bis die, äh, bis die schon so ein bisschen vorgerottet sind, ne? Spare ich mir hier die Klopperei. Okay, das war nix. Was? Ach, dieser Kloppte Busch wieder hier. So. Da, Sportback. Komm, Huntingknife. Ne. Was ist denn das? Ne, brauchen wir auch nicht. Die ist bei der Arme alles nett hier. Und klatsch und kaputt. Oh. So, dann bin ich mal gespannt, ob sie drinnen auch was geändert haben. Da, seht ihr, guck mal jetzt hier. Schön. Machen wir das doch so. Das ist doch viel besser. Kriegen wir so die Knochen raus hier. Tja, eigentlich mal. Genau. Das wird das Thumbnail werden. Ih, was rollt denn da noch durch? Ist ja eklig. Menschenschlachter. So, die sind noch nicht verrottet. Wie das ganze Zeug hier rumliegt, ey. Bäh. Ach, was ist das denn? Das ist ja schick. Eine Shotgun mit Firecrate. Oh. Ja. Ja, ja. No. Ich hoffe, die Munitionskiste ist noch da drin. Da läuft ein Hühnchen. Gut, schauen wir mal rein, ob sie von drinnen auch was geändert haben oder ob das immer noch beim Alten ist. Ich bin sehr gespannt. Das sieht schon mal gleich aus. Hm, hm, hm. Ja, ich glaube, da haben sie nichts geändert. Das heißt, die Munitionskiste könnte auch noch da oben rumstehen. Da, 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 da. Und kaputt. Ach komm, die zwei Pünktchen noch da. Hm, nö. Ja, machen wir uns unser Messer halt selber. Und, leeres Glas, bräunig. Und ich glaube, hier war der Tresor hinter. Ich war lange nicht mehr hinter, muss ich sagen. Wollen wir nochmal schauen. Ach, ne, Küche, genau. Komm, Miningham, Miningham. Narf. Ne, da wollte ich nicht rein. Hier wollte ich rein, genau. Erstmal draufhauen und dann aufmachen. So, Pistole. Ne, auch nicht. Okay. Dann machen wir das mal weg und dann machen wir den kleinen Tresor mal auf. Vielleicht haben wir Glück und da ist eine komplette Waffe drin. Oh, ja, das geht ja. Hm, 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 hm. Panzerknackerbande. Ja, mit dem Schatz lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Bis ich halt da mal irgendwie Punkte übrig habe, die ich da rein skillen kann. Apropos Punkte skillen, soll ich gleich mal tun. Es wäre geil, wenn es Punkte, äh, Systeme gäbe für mehr Taschenplatz irgendwie. Oder wenn sie endlich mal den Rucksack einführen. Wo sie schon seit, weiß ich nicht, gefühlten 18 einfachst von sprechen. Dat fände ich nett. Na, jetzt lässt die Wirkung hier schon nach. Oh, ne, geht noch. Tadak. Oh, enttäuschend. Das war echt enttäuschend. So, ich flitz mal nach oben. Die Klos lasse ich erstmal aus und vor. Gucken, ob die Munitionskiste noch da ist. Kann man sie schon sehen? Ich glaube ja, ne? Ja, da ist sie. Super. Und ein Bücherregal sollten wir auch hier drin haben. Einmal Bücher. Enforcer. Upsa. Falscher Knopf. So, 10 Sekunden. Daumen drücken. Der komplette Sniper wäre jetzt geil. 10 Millimeter Rounds. Ne, brauche ich nicht. Lohnt sich nicht. Also, sich hier wirklich so eine... Da ist nur der drin. Das ist kein Bücherregal. Ne, das lohnt sich auch nicht. Ähm, sich eine komplette... SMG zu machen, die brät einfach nur durch. Und den richtigen Mehrwert davon habe ich noch nicht entdeckt. Deswegen Shotgun, Sniper. Nur die üblichen Verdächtigen halt. Upsa. So, da gibt es jetzt ein großer Trisor. Ja, da ist er. Yay. Super. BDU Top. Insulation plus 10. Plus 2. Ne, ich bleib beim Shirt. Oh, lecker, lecker. Ah, Kartoffel. Kartoffel ist gut, aber was lassen wir da? So. Boah, auch 2,5. Das ist ja der Hammer. Aber ich gucke mal eben wegen Skillpunkten hier im Moment. Ah, da unten kommt irgendwas. The Survivor. Love for his love. Quicker Crafting. The Fixer. Und das zählt jetzt für alles, oder was? Ja, ne? Boah, wer die Wahl hat, hat die Qual. Echt. Heavy Ammo? Nee. Miner 69er. Das ist doch eigentlich richtig cool. Weil ich dann hiermit mehr Schaden mache auch. Ist ja ein Mining Tool. Und ich glaube, das geht gegen alle Blöcke. Ja, guck mal wie. Haha. 58. Machen wir weg. Sollte ich mich verskillt haben, ist egal. Wir werden sowieso bis... Alles auf Maximum bringen. Das ist das Ziel des Spiels. So, und hier ist wahrscheinlich aber auch wieder nur Schrott drin. Und mal gucken. Los. Geh auf, ich bin so gespannt. So, Mining Tools Level 11. Zack. Mh. Ah. Nee. Nee, nee. Lass ich da. Der Meister hat nun bestimmt was hier. Mh. Wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Mal gucken, was der hat. Mh. Okay, und da ist ein Laden. Oh, ein Working Stiff Tools. Alles klar. Auf zum Working Stiff Tools. Ich schau jetzt extra nicht die Klos durch, weil wir haben schon 7 Uhr. Und ich fürchte, ich muss die Nacht hier verbringen. So, was haben wir denn da? Working Stiff Tools 1. Das sind das 2. Poppen Pilz, Working Stiff Tools und das sieht mir nach dem Shotgun Messiah aus. Ja, ja. Ja, war ja klar, dass er wieder Action ist. Boah. Boah. Genau, Shotgun. Hammer. Mootspikes. Machen wir nochmal 10. Machen wir hier einen kleinen Spießrutenlauf für die kleinen Kacker. Da, 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 da. Haha. So. Das Problem sollte sich gleich von alleine lösen hier. Ach, was schön. Ich glaube, ich muss die Nacht hier bleiben. Ich glaube, nach Hause schaffe ich das nicht mehr, oder? Wollen wir mal ein bisschen schneller machen hier. Das ist wie die eine Folge aus Breaking Bad, wo sie alle rumkriechen. Och, ist doch nicht wahr. Los. Tanz ab hier. Hm, hm. So, direkt aus dem Zombie raus, trinken und essen. Oh, da ist auch was drin. Ist doch nicht wahr. Stirb, du Luder. So, wollen wir mal schauen. Ob es denn jetzt warm? Warm? Ach, Mann. Wow, ist das hell. Okay, das Licht haben sie wirklich mal angepasst. Wahnsinn. Oh, Papier nehmen wir da mit. So, da ist eine offene Kiste. Schnell rein, luken. Oh, eine Taschenlampe auch. Ja, aber nee. Luuu. Oh, ja. Da wird es langsam interessant. Okay. Ja, ich bleibe hier die Nacht. Definitiv. Oh, Rebar Frames. Ja, jetzt geht's los. Okay, hier mache ich mir eine kleine Base. The Base, the Base. Hat du den? Komm mal her. Lass die Tür in Ruhe. Ach, du bist sowieso ein Kriecher, ne? Also, was ist mit euch hier? Habt ihr es mal langsam geschafft? Komm, mach mir mal die Tür auf. Ach, Kinder, so gibt das noch nichts hier. Na ja, ihr macht mal auf und ich kümmere mich mal um die anderen. Hm, Benzin, okay. Na, du sollst tot gehen, Mann. So, ein bisschen Knochen holen. Na komm. Geh kaputt. Die neuen Spikes sehen echt brutal aus. Na komm. So, tot. Und Beine los. So, schön wegachsen. Haha, der will nicht so richtig hier. Dann halt so. Auf Wiedersehen. Mais brauchen wir nicht. Oh, perfekt. Das ist noch nichtmals alles hier in der Stadt. Das ist noch nichtmals alles. So. Glück haben, eine Pistole finden. Oder Antibiotikum. Noch ein Beaker. Hä, ne. Ne, 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 ne. So, einmal hektisch schnell reinschauen. Ja, wir kriegen gleich bestimmt noch Besuch hier drin. Ich seh das schon. Und so um neun muss ich spätestens anfangen, mich entweder zu verbarrikadieren. Ähm. Das ist ja auch geil, ne. Wieder sehr gut gemacht. Woodframes habe ich noch 28. Na, ich brauche noch Leiter. Ne, Leiter habe ich auch. Wollen wir mal so ein paar Woodframes hier nochmal. Kann ja nicht schaden. Mal gucken, dass keiner von hinten kommt. Ich glaube, die kloppen sich gerade durch die Seite rein oder so. Boah, eine Nailgun wäre jetzt so super. Oder Motor. Oder sowas. Also, das wäre schon mal Amboss Nummer 2. Wird schneller durch die Kisten durch hier, ja. Ne Megaschaufel. Komm, sowas als Steel Pick Exits. Hm. Viele schöne, tolle Sachen. Die wir alle nicht mitnehmen können, weil wir voll sind. Und schon drei Ambosse. Ambosse? Wir bereiten uns in der nächsten Folge mal auf die Nacht vor. Die verbringen wir auch mal direkt hier auf dem Dach dann. Und da muss ich auf jeden Fall eine Kiste machen. Das gleiche Spiel wie immer hinten hoch und dann gerade rein. Wird funktionieren. Und da könnte man natürlich auch perfekt verbinden hier, ne? Ja, gut, wir schauen mal, wie wir das machen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und sag bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Die Serie kommt. Tschüss. Youtse. Vielen Dank.